Aber man sieht trotzdem Fußballspiel ist, es füllt sich jetzt. Ja, selbstverständlich. Ab 20 Uhr ist der Kämmerplatz voll. Ja, wie man das so schön jetzt auch schon hier sehen kann, ne? Ja, es ist ab 21 Uhr die große Party. Die größte im West- und Dorf Münzerland, also im Kasten Münzerland. Hab ich verstanden, hör nicht. Wie gesagt, die größte Dorf-Kämmer ist der Münzerland. Jetzt macht er aber Tempo hier, ja? Volle Bulle. Käm ist volle Bulle. Ja, läuft, würde ich sagen, ne?